Schon bald hat Dschungelkönigin Leila Lahua einen Gastauftritt bei, unter uns. Doch gibt es bald ein dauerhaftes Engagement? Die Daily Soaps in Deutschland halten gerne mal für den einen oder anderen Gastauftritt her. Während bei, GZSZ, zum Beispiel schon Stars wie Ed Sheeran oder die Backstreet Boys vorbeischauten, bekommt die Schiller Allee ebenfalls häufiger Besuch von deutschen Stars. Zuschauten zuletzt beispielsweise Ben Zucker und Maite Kelly für kleine musikalische Einlagen bei, unter uns, vorbei. Bereits im März wurde angekündigt, dass der nächste Gaststar bereits feststeht. Leila Lahua. Schauspielkarriere nach, unter uns, Auftritt. Inzwischen wurde die entsprechende Episode auch gedreht. Die Vize-Dschungelkönigin 2024 Leila Lahua spielt Julia Winkels, eine Kundin im neuen Fitnessstudio von Henry, Maxim Agne, Paco, Milos Vukovic und David, Diego Carlos Seifert. Dabei ist sie allerdings alles andere als freundlich. Der Reality-Star beschreibt ihre Figur als eine, kleine, zickige Dame, die ein Probetraining im Gym hat. Der Dreh selbst war für Lahua erstaunlich einfach. Ich hab's mir schwerer vorgestellt, als es am Ende war, so die 28-Jährige. On- und Offline-Coachings haben zwar geholfen, aber die Situation vor der Kamera war nochmal etwas anderes, weil man's einfach viel mehr fühlt. Ob sie nun also überlegt, eine feste Rolle bei der Soap zu übernehmen? Schließlich hieß es noch bei der Verkündung, dass sie vorerst den Reality-Formaten treu bleiben wolle. Der Dreh selbst war für Lahua erstaunlich einfach. Ich hab's mir schwerer vorgestellt, als es am Ende war, so die 28-Jährige. On- und Offline-Coachings haben zwar geholfen, aber die Situation vor der Kamera war nochmal etwas anderes, weil man's einfach viel mehr fühlt. Ob sie nun also überlegt, eine feste Rolle bei der Soap zu übernehmen? Schließlich hieß es noch bei der Verkündung, dass sie vorerst den Reality-Formaten treu bleiben wolle. Daran hat sich wohl auch nichts geändert, obwohl sie inzwischen sagt, die Schauspielerei war eine richtig schöne Erfahrung. Allerdings könnte es schwer werden, beides unter einen Hut zu bekommen, Layla wird sich also entscheiden müssen, ob Reality-TV-Fans wirklich auf ihren Liebling verzichten können?